Hey ho Leute, hier ist ThePanergy und ich zeige euch heute wieder ein kleines Unpacking-Video. Das Paket ist heute mit der Post gekommen. Da dachte ich, wenn ich letztes Mal Duke Nukem Unpacking gemacht hatte, wo man schon sehen konnte, welches Spiel das war, mache ich diesmal eins in der Hülle. Gut, dann wollen wir das Ding hier mal auspacken. Gute alte Amazon. Und da haben wir es auch schon. Kleinen Moment. So. Es ist... In Famous 2. Wunderbare Spiele, nicht wahr? Nur auf der Playstation. So, machen wir mal weiter. Ich hoffe, dieses Unpacking-Video hat diesmal bessere Qualität. Schreibt es mir dann, das wäre sehr freundlich. Ach, dieser Geruch. Fabrikneu. Wunderschön, nicht wahr? Diese wunderschöne Hülle. Hier hinter das Gleiche. Nur in Grün. Wie vorne. Hier haben wir die Anleitung mit einem sehr einfallsreichen Überschrift und Sony-Zeichen. Und hinten drauf etwas Unnötiges in Famous 2 bei LittleBigPlanet. Ja. In der Anleitung. Auf dem Weg nach New Marais. Ich lese es einmal mal vor. Es fühlt sich für Cole McGrath so an, als legen seine unschuldigen Tage als bescheidener Fahrradkurier bereits Ewigkeiten zurück. Aber der wahre Albtraum fängt gerade erst an. Seine unglaublichen Elektro-Kräfte werden immer größer. Doch muss sich Cole mit einem Gegner messen, der viel stärker ist als er selbst. Eine böse Macht, die die ganze Welt zerstören könnte. Schon bald muss er fliehen. Sehr spannend. Ja. Okay. Und dann noch einmal hier. Was haben wir hier Gutes? Ein Gutscheincode. 50% Rabatt auf das erste Infamous-Abenteuer. Oh. Ich muss nur den halben Preis bezahlen, um Infamous 1 beim Store zu kaufen. Ist das nicht geil? Ja. Das werde ich dann auch tun. Und damit heißt es auch schon wieder. Euer Schizikowski, euer ThePenagy. Bis zum nächsten Unpacking. Ciao.